servus und hallo meine damen und beifahrer wir sind hier bei der neuen runde battlefield auf der map monte grappa ja ich hätte auch gerne monte und wir versuchen mal wieder zu reisen wir müssen natürlich noch ein paar waffen freischalten aber darauf eigentlich nicht wirklich los er hat noch ganz weit hoch machen ja nein der meint oder kommen welche ich spüre es genau die geil oder scheiße ja nein in der nähe deiner position ist ein wachsoldat jetzt sollen die mal kommen die werde ich sofort vom weg flanken du was man hier mal sieht so kill nummer 34 genommen okay Sorry Ja Das ist so geil Wollen wir auf den? Oder was? Wollen wir auf den? Wollen wir auf den? Oh Wollen wir auf den? Nein Ich bräuchte mal einen Muni und ich bräuchte einen Sunny Wow Da komm her Geht doch Schlagstopp, Digga Hey Digga, hast du Muni? Muss ich erstmal aufladen Oh ja, guck mal Ach aber was Ja, geil Alles geil Daran könnte ich mich gewöhnen Ach, schade Ach, schade Geil Ne, ungeil Ey Digga, hast du wohl Muni? Die Munition Die Munition Die Munition Ich servono Projettile Wie viel haben wir jetzt? Oh, ach du Ja, nice Alter Die können doch hier schon wieder warten Wo? Wohr Nein Helfer Wir verlieren Einsatzziel Berter Wir verlieren Einsatzziel Berter Ich verzweifle Wir verlieren Einsatzziel Berter Wohr Warum verlieren wir Berter Ohy Tell me why Lelelelelele, tell me why Oh Gott, jetzt weh'r der scheiß Ohrbomi, aus den 90er'n Oh, come on. ja ja jetzt nicht leute macht es Spaß hier wieder zu gucken ohne dass ich mal richtig ausrachte hier wir haben Einsatzziel ja das ist sehr schön eh, I need money, äh money eeeh johannade we need munitions wir verlieren Einsatzziel oh oh na wo sind sie ja ich weiß das ist ein bisschen feige hier so einfach nur zu hoffen aber hey why not andere campen alter warum hast du denn dazu hey ich will raus hier danke okay wir haben Einsatzziel David erobert okay David haben wir wir haben Einsatzziel Emil verloren mir servono munizioni aber komm 12 zu 1 ja also das soll schon was heißen wie ein Baby vor der Taufe oh 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 einsatz oh 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 Wir haben Einsatzziel David erobert. Der soll mal kommen. Der muss abgehauen. Wo ist der hin? Goldfisch? Geiler Name. Gerd Goldfisch. Tell me why. Sorry, dass ich heute in dieser Gespräche bin. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wir kontrollieren alles. Wasserdaten. Ich brauche den Wasserdaten. So, wie stehts? Letzten Eins? Ja jetzt, ich freue mich hier nur so rein. Mach mal auf den Humpen. Wir verlieren Bertha. Wir verlieren Einsatzziel David. Ich schieße in die Luft. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Schade, dass der Wachsort hat. Ich habe hier eine zweite Wasserhahn. Nur ein paar Granätchen. Also eine. Ne? Ich sammel sieben Trupp-Einstiege. Ja, hab ich. Ja, jetzt solltest du nochmal überlegen, Keule. Oh, guck mal. Servicestar geil. Servicestar geil. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Oh, das wird. Sauber. Ich hätte ja nur noch einen Muni. Ich habe Beermott. Beermott. Be, 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 beermott. Ich habe ein feindliches. Oh. Was ist los hier? Hä? Oh. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich brauche einen Sanitöter. Ich brauche einen Sanitöter. Ich brauche einen Sanitöter. Oh. 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 Ah, jetzt ist er ein Wasser da. alter schwelle ja geil danke wir haben ein Satz die Linie verloren das macht nix oh oh aber das ist glück gehabt im igb morgen haben wir gewonnen was für eine lässige runde wir haben gleich gewonnen ja gewonnen boah ballsaal geil schade wir sind nicht besser trupp geworden na loser alle loser ne scherz man muss ja nicht übertreiben schade statistik wow kills vs verlust yeah 20 zu 2 soart von positiv wir sehen uns in der nächsten folge haut rein wui nicht nicht um im 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 Untertitelung des ZDF, 2020